Was hörst du denn da? Musik ist in der Serie Diverse ein sehr gutes Gerüst, an dem sich die wunderbaren Geschichten entlanghangeln können. Musik ist für Maxi, glaube ich, so eine Art Zufluchtsort, wo sie sich so, ich weiß nicht, reinflüchtet, wenn irgendwie das Leben so draußen zu viel wird. Wie Frotzkes halten's nirgends lange aus, ewig on the road, ewig auf der Suche nach... wer weiß was. Du klingst wie einer deiner Songs-Rollo. Ich sag dir, Freundchen, leg dich nicht mit einem Cowboy an. Musik ist für Rollo seine große Befreiung. Und vielleicht auch manchmal wie eine Flucht, aber eben die Möglichkeit, dass er sich ausdrücken kann und sich nicht um seine Kinder kümmern muss. Hattest du einen Top-Ten-Hit, von dem ich nicht weiß? Das ist halt alles die Konzertagentur. Weil du denen so viel Kohle scheffelst mit deinen Auftritten im Irish Papp? Eddie lehnt Country-Musik einfach aus dem einfachen Grund ab, weil er seinen Vater scheiße finden will. Du magst es kaum glauben, Eddie. Ich freu mich wirklich, dass ich meine zwei Jungs bei mir habe. Bei mir war es zu Recht. Das mag ich kaum glauben. Es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Weil ich meine, es ist schon cool. Weil es war ja schon so eine Club-Atmosphäre. Und so nach einer Weile ist man da schon irgendwie ganz gut reingekommen. Und das war cool. Und ich finde auch, Bernd macht das irgendwie total cool. Und es macht Spaß dazu zu hören und dabei zu sein. Und genau da mitzutanzen und da mittendrin zu sein. Bernd, der Rollo ja spielt, der kann wahnsinnig toll singen und unglaublich toll Gitarre spielen. Wir haben wirklich ein paar schöne Szenen, auf denen er singt. Und wo ich dann als Florian so tun muss, als wenn ich das scheiße finde. Was mich ein bisschen anstrengt hat. Insofern, ich mag, was wir hier sehen und hören in der Serie. Und das würde ich mir total gerne. Shoot it out!